Probleme mit dem Verlaufen von Kreissägen beim Anlegen an Dachlatten? Ausgefranste Materialien? Anstrengendes und ungenaues Hobeln von Türen? Freihändiges Sägen bringt auch nicht den gewünschten Erfolg? Macht nichts! Ab sofort gibt es die FKS, die Führungsschiene für Handkreissägen. Präzise und universal einsetzbar. Nutzen Sie die Führungsschiene vorab als Maß zum genauen Anzeichnen der Sägelinie. Das einmalige Anpassen Ihrer Kreissäge in die Führungsschiene geht schnell und ist völlig problemlos. Legen Sie nun die Gummilippe an die Markierung an und befestigen Sie die Führungsschiene mit den mitgelieferten Zwingen am Werktisch. Und schon kann der Schnitt beginnen. Ihre Handkreissäge wird dabei einfach in die einmal fixierte Führungsschiene eingesetzt. Sägen Sie mithilfe der Führungsschiene schnell und präzise, ohne dass die Säge verläuft. Das Beste dabei, egal welche Handkreissäge Sie besitzen, Sie passen alle in die neue Führungsschiene. Die sechs verstellbaren Anschläge garantieren Sicherheit und Präzision für jede Handkreissäge. Nutzen Sie die Führungsschiene auch für randferne Bereiche. Sägen Sie Ihre Küchenarbeitsplatte problemlos und exakt. Das Ablängen von Regalbrettern mit der Führungsschiene gelingt mühelos. Im Nu ist Ihr Regal fertig. Die Führungsschiene eignet sich auch perfekt für das Sägen von allen Winkeln. Gehrungsschnitte mit höchster Genauigkeit sind somit möglich. Auch das präzise Sägen von langen Werkstücken ist mit der Führungsschiene kein Problem. Nutzen Sie die optional erhältlichen Schienenverlängerungen für lange und präzise Schnitte. Benutzen Sie ab sofort die Führungsschiene von Wolfkraft, passend für alle Handkreissägen. Wolfkraft – so macht Heimwerken Spaß.